Yo Leute was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal Ich bin's wieder, euer Justin und ja Leute, heute mal ein XP Glitch Video Und zwar habe ich gesehen, dass man ein XP Glitch machen kann Und zwar dafür benötigt ihr einmal diese Steine hier Und zwar ist das für die 55k Aufgabe Also wer die 55k Aufgabe nicht fertig bekommt, muss in die Zone gehen Also die Zone muss zu euch kommen und dann müsst ihr so machen Und ihr seht schon, dadurch kriegt ihr da oben die Sachen aufgefüllt mit dem Nullpunkt Also macht das Video, beziehungsweise macht den EP Glitch Und dann habt ihr den auch richtig schnell fertig Nehmt euch ein bisschen Heal mit, damit ihr das in einer Runde alles schafft Und ja, dann dürfte das kein Problem sein Und ja, wie gesagt, ihr braucht ein bisschen Heal wahrscheinlich Aber geht dafür einfach in die Zone Nehmt ein paar Steine Und ja, dann macht das einfach Und dann seid ihr ganz, ganz schnell mit dieser Aufgabe fertig Und dann dürfte das für keinen mehr ein Problem sein Deswegen, wie gesagt, einfach in die Zone gehen Beziehungsweise Zonenschaden bekommen Ist egal welcher Modus, Leute Und dann einfach einen von den Steinen nehmen Und dann einfach so hin und her boosten Und dann habt ihr die Aufgabe auch im Kürze ganz, ganz schnell fertig Und ja, Leute, wenn euch das Video gefallen hat Lasst euch gerne einen Daumen nach oben da Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren Und die Glocke zu aktivieren Und für mehr XP Glitch Videos Wenn es solche gibt, schreibt es gerne in die Kommentare Oder beziehungsweise lasst ein Like da, damit ich es weiß Und dann würde ich sagen, Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal Haut rein, bis dahin und ciao, ciao 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 Ciao